England geschlagen hier in Blumenfontaine. 4 zu 1 Deutschland im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Und die Party, die geht weiter. Das war wunderbar, das war wunderbar. Die Englischen müssen ja jetzt nach Hause. Ja, das war super gut. Also heute haben wir Geschichte geschrieben und wir waren live dabei. Es ist so ein geiles Spiel, wir haben ein bisschen gezittert. Aber dass wir hier heute live dabei waren, hat alles, alles, alles hat sich gelohnt. Jungs, wir packen das, wir werden Weltmeister. Ja! Was sollen wir sagen, wir sind selig. Wir sind einfach nur selig. Dankeschön. Also es war Wahnsinn. Wir haben erst überlegt, ob wir hier hinkommen sollen. Aber es war 1000 Rand, das war jeder Rand wert. Wahnsinn, mit 4 zu 1 hätte man nie gerechnet. Brutal Müller, FC Bayern, ole ole, wir holen den Pokal. In das O, sind wir bleiben exzellent. Enjoy it, I love it. Das letzte Mal schon ein Mann freigespielt. Ein Traum für jedes Achtelfinale. Und für die Engländer, you're just a small part of Scotland. Small part of Scotland. You're just a small part of Scotland. Das war der absolute Wahnsinn, sowas von souverän. Ich bin froh, dass wir so aus der Po-Runde rausgekommen sind. Und jetzt können wir nur hoffen, dass es wahrscheinlich gegen Argentinien wieder so aussehen wird. Und auf dem Weg nach Johannesburg alles glatt läuft. Aus the T, Aus the T, Aus the T. Ausgleich.